Hallo miteinander, das ist Steffi, ich bin Kony. Wir sind Oberflächenbeschichter in der VOMA Galvanic in Beelten. Wir zeigen euch heute, wie wir Messing verzinnen. Als Oberflächenbeschichter veredeln wir Metalloberflächen elektrochemisch. Das Coole an dieser Lehre ist, dass es mega vielseitig und abwechslungsreich ist. Man sieht jeden Tag neue Teile reinkommen und man ist an die Prozessbeteiligung, um die Teile zu veredeln. Es macht Spass zu sehen, für was man arbeitet und auch Teile im Alltag wiederzufinden, die man selbst produziert hat. Ich arbeite gerne hier, weil wir ein kleines familiäres Team sind, mit vielen Fachleuten, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wenn du als Oberflächenbeschichter arbeiten möchtest, musst du körperlich belastbar sein, zuverlässig sein und selbstständig arbeiten können. Unsere Spezialität ist, dass wir die Kuhglocken färben, die wir schon seit Jahren machen und wir Experten sind. Bei uns kannst du auch die Lehre als EBA machen. Dort lernst du die Bedienung von Gestellautomaten wie auch Trommelautomaten und kannst nachher eigenständig Teile veredeln am Automat. Wenn euch der kleine Einblick gefallen hat, dann bewerbt euch jetzt!